Ich werde Sie vernichten, Sie und Ihre Familie. Der Fluch eines zum Tode Verurteilten gibt den Anlass zu einer unheimlichen Reise. Merkwürdig, fast gleich. Sie sollen Auskunft über Ihre Vergangenheit erhalten und ich soll das Erbe meiner verstorbenen Mutter antreten. Die Schlangengrube und das Pendel heißt der neuer Film von Harald Reine. Eine romantische, große Geschichte nach Motiven von Edgar Allan Poe. Aus dem Reich der Schatten greifen blutgierige Dämonen nach den Lebenden. Ach, was wollen Sie? Lassen Sie mich los! Hilf aus! Ich warne Sie, heilen Sie nicht in Ihr Unglück. Ein faszinierender Film um ein ungewöhnliches Abenteuer. Die Schlangengrube und das Pendel. Von dem blutigen Geheimnis eines Gespensterschlosses berichtet das neue Meisterwerk eines deutschen Spitzenregisseurs. Mit teuflischer Beschwörung weckt man die Toten und mit grausamer Folter quält man die Lebenden. Ich muss hinter das Geheimnis dieses Schlosses kommen. Und ich muss diesen Grafen Regula sehen. Dieser Film gibt Ihnen ein ganz neues Gruselgefühl. Das ist wirklich etwas Besonderes. Wahrhaftig, ich genieße diesen Augenblick. Dazu werden Sie nicht mehr kommen. Roger! Irgendetwas stört den Kreis. Ein Kreuz. Ich brauchte das Blut von 13 Jungfrauen. Ich hatte das dieser 12. Sie werden die 13. sein. Die letzte zu meinem ewigen Leben. Niemand kann mein Gespenst aufhalten. Nein! Drei Raben am Karfreitag, das bedeutet Unglück. In den düsteren Gewölben einer Burgruine lauert das Verderben. Nein! Nein! Die Schlangengrube und das Pendel zieht alle Menschen magisch an. Graf Regula erwartet Sie. Nein! Nein! Die Schlangengrube und 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 die Schlangengrube